Durch Krakau durch Königsberg Aber hier ist Königsberg nicht Ach wohl ich gucke auf der falschen Stelle hier Boah, was hätten wir nur gerne, ne? Boah Ah, lauze, jetzt haben die noch mehr was denn was haben die überhaupt 5,26 Ja, komm Und ihr zwei geht mal Richtung Ihr Krakauer Ich hole mir meine Würstchen zurück Ich hab schon noch Bots Verkaufen sie dir Es sind unterschiedliche Bots Poste aber den selben Promocode Was sind denn wieder so ne Whatsapp Gruppen, wo man angeblich Milliardär werden kann? Ne, das ist ne Internetseite, wo ich Zuschauer kaufen kann Ach so Aber hast du schon so viele Zuschauer? Ich hab ja keine Zuschauer Das weißt du doch Ne Ja, es sind doch viele Aber ich könnte mir 10 Stück kaufen So, den Magroup auch noch rein Ob das gleich hier anziehen So, muss ich mal kurz Pause machen Und dann Was läuft doch, Alter Ja Ist ja auch nur schwer oder so Ja, man merkt's Und der Unterschied ist schon Ach, ich bin dann so ein Idiot Ich hab den Anspruch nicht fingiert Egal Günstige Provinzen brauche eh keinen Menschen Wer will das schon? Außerdem, du bist doch eine deutsche Nation Die interessiert doch eh keine Ansprüche Da wird einfach überrannt Ja, aber so eine billigere Provinz Ach du Scheiße, nicht gesehen Nicht beweg dich Ich weiß aber Ich weiß aber was du meinst Adven Point sind am Anfang halt Schon wichtig Ah, beweg dich schneller Schneller, komm Oh Es wird's knapp Stolp hilft mir nicht Weil die dumme Wichser sind Was war hier die richtige Religion gezeigt ab Ah, das wird eng Oh Gott, das wird echt eng Ah, das wird nichts scheiße Egal, er wird den Stack nicht schlucken Und Dänemark wird sich irgendwann dem extra herunter bequemen vielleicht Hoffe ich Da ist Schleswig im Weg Vielleicht soll sich Schleswig anbettieren Ja, okay Moment, was? Was? Willst du mich jetzt verarschen? Also die haben jetzt wirklich mal ein... Was? Die haben gerade 24.000 das Stack geschluckt Na klar Was ist los, Spiel? Alter, das ist nicht wahr jetzt Ist das nicht wirklich passiert? Die haben über die Hälfte meiner Truppen einfach geschluckt, was? Natürlich! Was? Kann man machen Kann man mal machen Oder willst du mich komplett hier? Moment, dann mache ich es eben Ja, ja, ja Ich muss das jetzt da Super, jetzt muss ich dann Dürfen die aber auch jetzt da durchlaufen, oder? Ja genau Einfach meine Stacks geschluckt Natürlich Ich muss mich komplett verarschen Jetzt muss ich auch noch Punkte verschwenden Weil Dänemark so dämlich ist Ah, ist alles nicht wahr Als ob die jetzt diesen Stack geschluckt haben Die 26.000 waren das Die können die das einfach schlucken Oder sind die einfach nicht weit genug weg Aber die müssen doch weglaufen Ach Geil Gut, dass ich mit Ungarn verbünde bin Sonst wäre das echt scheiße jetzt hier Kannst du dir doch nicht ausdenken Ja geil Jetzt muss ich das mal richtig drücken Durchblasen Und Geld ausgeben Und ach Hallo, wie wächst du dich? Ah nee, Dänemark macht das Okay, wie wächst es etwas Jetzt kommen sie endlich Junge Da kennt ja gar kein Mensch, oder ich nicht Keiner ist unerwartet noch in den Krieg angestiegen Kann jemand beleidigen? Nee Natürlich kacke jetzt Wieso unser Fick unterstützt ihr denn jetzt alle die Unmöglichkeit von Stolp? Fickt euch wirklich Ich hätte diese Religion nicht erzwingt Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht mal Da kann ich auch ausgeben Oh, das kündigen wir mal wieder. Nein! Du bist Drecksspiel. Beweg dich doch darüber. Hallo, Spiel. Reagieren Sie. Hallo? Danke. Junge, jetzt zerlegen die meinen neuen Stack da drüben schon wieder fast. Alter, fick dich doch, du Uhrenspiel. Oh, geil, jetzt kriege ich auch noch... Was hat das Spiel denn jetzt gegen mich? Nee, ich mach dir lieber mal langsam vorwärts. Nicht, dass gleich noch mehr meines Dings schwinden. Ah, 11-11 haben wir schon wieder. Soll ich noch so ein bisschen Reiterle? Aber Reiterle sind teuer, ne? 21. Dann brauchen wir vielleicht keine Reiterlein. Vielleicht kann ich Stolp einfach entlassen. Ich hab da eh Ansprüche drauf und lässt mir was sein. Realisierung aufkündigen, was verliere ich? Und davon soll ich das Tische? Ja, tschüss, komm. Geh mir nicht auf den Sack. Ach, Böhmel hat jetzt auch... Klarko und Krieger, okay, natürlich. Ohne, ich hab garantiere schon Ungarn. Macht nix, Bernd Böhm, Klarko und... Ach nee, die haben noch was anderes angegriffen, okay. Ich hab doch da Ansprüche... Nein, wieso hab ich da keine Ansprüche? Das ist auch hindern... Was? Ach, sag jetzt... Na, moin, doch da irgendwo hab ich Ansprüche. Oder? Jetzt hab ich da jetzt keine Ansprüche drauf. Das ist ein Hinterpommern. Ach, fick dich doch einfach spielen. Ich hasse das Spiel so sehr. Das ist unglaublich. So, Frieden behandeln ja erst mal. Kriegsoperationen. Die sind draußen. So, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich auch was bekomme. Fick dich doch. Natürlich jetzt Böhmel hier überall. Ach, und Stolp gibt mir jetzt auch nix mehr. Fick dich doch. Dieses Hurenspiel, ne? Ah, nein, Moment, nein, stopp. Ach, brech. Wo ist denn meine Hauptstadt? Ich bin meine Hauptstadt nicht da. Ach, komm. Ach, komm. Ich bin meine Hauptstadt-Stolp, ne? Ja, das fixen wir später alles irgendwie, Gitter. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das jetzt mache. Das war ja alles scheiße. Und er ist schuld, Peter, weil er mich nicht vorgewarnt hat. Ja. Hätte mal fragen können, ey, mach das mal nicht, das ist dumm. Also, dass er mich einfach voll in die Scheiße leitet. Laufen. Wie auch immer. Warte, weiß ich, ich höre mir nicht zu. Also, okay, das war das meine Gemahlin. Ich weiß auch nicht so geil, wenn die stirbt, aber... Hör. Jetzt können wir mal nicht ständig wieder weglaufen, oder mal was zu Ende belagern. Ich muss mal ein anderes Deck, aber im Stack. Jetzt kommen wir mal rüber, Junge Mann. auch eben Egal ich schneid mal rüber bis ich nach Cotonou komme oder so Gucken ob ich hier nicht bekomme Schöne Wasser weg Ich weiß es Wieso zum Fick Weil Böhm das Ey Dänemark das Das wird von Bayern jetzt gerade belagert Der leckt mich doch Hmmm Könnte man sich gönnen aber dazu muss erstmal der Krieg vorbei sein Also wieder die Frage haben wir die Kaine auch mit dem Krieg führen oder Für die noch ewig und 3 Tage weiter Krakau und Schlese Ich bräuchte nochmal 3 Diplomalschreportationen irgendwo her Wo nimmst du die her Wo nimmst du die her So Ah fliegt dicht auch So und jetzt lieber Also Sehe ja immer noch Jetzt ist fertig belagert Jetzt gehts weiter Ah Ah Ist doch zum Kotzen Und das wäre plus eins Ja gibt es vier Ja jetzt Steuereinnahmen plus eins kann ich gebrauchen Warum zur Hölle laufen jetzt schon 100.000 K rum Umso mehr umso besser Ja Aber es ist 1168 Ja oh oh Belagerung ist soweit Wir können weiter machen hier Ist mir egal was Thüringen da macht Was hat sich den Böhmen jetzt alles gegönnt Uiuiuiuiuiui Wir haben sie aber ein ordentliches Stück gegönnen Muss man sagen Muss man schon sagen Wir haben nicht gespart Ich finde es faszinierend wie die halt einfach immer noch die Unabhängigkeit von Krakau garantieren aber nicht in irgendeinen Krieg angreifen Und wie Dänemark das alles auf Stolp rüberschiebt Was soll denn der Müll Könntest du aufhören da mit Dänemark Stolp kann das eh nicht Oder? Kann das Stolp überhaupt? Nee Stolp kann das gar nicht zu seiner Kernprovinz machen Du dummes Kackspiel Bisschen unscheulich Das ist ne Unabhängigkeit von Krakau Das ist ne Unabhängigkeit von Krakau Das ist ne Unabhängigkeit von Krakau Das Spiel geht schon so superschnell Mh 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 Also jetzt Ager, wenn ich diesen Vasalli... Glauben mich, dass Ager, dass ich diesen Vasalli verloren habe, ne? Hm, brauchen neun. Jetzt wollen die ja schon so... Moment, ich muss mal kurz gucken. Ja, das ist die Feste und die wollen wir auf jeden Fall. Und dann wollen wir hier möglichst zwei drüber. Block ist nicht, ne, das gehört Stolp. Stolp wollen wir möglichst nichts geben, die haben nichts verdient. Ja, muss man weiterführen, die wollen noch nicht. Die Festungnahme will hier aber auch schon, wenn schon, wenn schon noch. Dann muss ich hier eine Festung machen. Ja. Ja. Ja.